Es war genial in drei Worte, innovativ, abwechslungsreich, überraschend, wirklich super genial. Also ich bin begeistert. Ich habe es nicht erwartet. Ich bin so überrascht über die Feinfalt der Musik, das Jazzigen in dieser Volksmusik. Musik Also als Schweizer die Wurzeln wieder einmal in so einer Musik zu erleben, das ist fantastisch. Musik Musik Du hast den Musik so richtig angesehen, dass sie mega in dieser Musik sind und das so richtig leben. Musik Musik Musik